Moin Leute, ich war dieses Jahr in Dänemark in Urlaub und habe dort in Wiesane an der Schleuse erfolgreich auf Hering geangelt. Den Fisch möchte ich heute weiterverarbeiten und mache daraus Brathering süß-sauer angelegt. Dazu habe ich den Fisch gewürzt, in einer Pfanne angebraten, mir einen Essigsud angesetzt. Der abgekühlte Fisch wird dann in eine passende Form gelegt, der Sud aufgekocht und nachdem dieser etwas abgekühlt ist, wird der Brathering komplett damit überdeckt. Wichtig hierbei, der Sud muss den Fisch wirklich komplett bedeckt haben, damit die Gewürze ordentlich einziehen können und er richtig durchziehen kann. Das Ganze kommt dann für 3-4 Tage in den Kühlschrank und man hat das perfekte Sommeressen mit etwas Salat und Bratkartoffeln.